Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Video hast du schon einmal. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch viel Spaß. Wir gehen direkt los würde ich sagen. Let's go! Hast du schon mal jemanden betrunken angerufen und dich flamiert? Oh mein Gott ich sollte weniger trinken das nächste Mal. Ich glaube ich ruf mal jemanden an und zwar den Nico genau. Ich mag ihn ja. Oh wie ist denn der Pin? Oh nein noch zwei Versuche. Oh jetzt aber. Dann ruf ich ihn jetzt mal an. Hi Nico ich bin dir. Was ist mit mir los? Gar nichts. Mir geht das so gut. Ja und die. Warum ich anrufe. Ich muss dir sagen. Ich liebe dich absolut ja. Ich liebe dich über alles auf der ganzen Welt. Was? Nee ich bin nicht betrunken. Ich mein's von ernst. Hä? Oh. Ja? Ja ja wir reden morgen. Okay. Mach's gut. Einen Tag später. Oh ich hab so Kochschmessen. Wer ruft denn da an? Nico was will er denn? Ja? Nico? Was? Ich hab dich gestern angerufen und dir gesagt dass ich dich liebe? Oh fuck. Nein natürlich nicht. Das war nur ein Scherz. Ja ich hab ein bisschen viel getrunken und ach du scheiße was hab ich... Oh meine liebe das Lebens und ja. Ja. Nee nee nimm's nicht so ernst. Ich hab einfach ein bisschen viel getrunken. Okay tschüss. Fuck. Hast du schon einmal laut in der Öffentlichkeit mit dir selbst geredet? Boah ey so ein Kackkram. Ich muss das heute auf jeden Fall noch erledigen. Wie dumm bin ich eigentlich? Warum mach ich das denn nicht immer gleich? Das gibt's doch gar nicht. Verdammte Scheiße nochmal. Warum guck mich jetzt alle an? Oh ich glaub ich hab das grad alles laut gesagt. Ha. Passiert. Hast du schon einmal dir selbst die Haare geschnitten? So heute ist wieder der Tag wo ich mal meine Haare ein bisschen nachschneiden muss. Mal gucken. So. Ja. Die sind nämlich schon wieder ziemlich lang. So. Und dann schneiden wir hier ein paar ab. Hier ein bisschen. Und dann vielleicht hier noch ein bisschen. Ich seh nichts. Egal. Wird schon passen. So. Hier unten. Ja. Das reicht dann mal wieder. Hast du schon einmal jemanden bei Facebook gestalkt? So. Dann werde ich doch mal die Laura hier bei Facebook wieder mal stalken. Mit wem ist sie denn jetzt hier so eigentlich befreundet? Hm. Und vor allem wer ist ihr Freund? Ist die jetzt mit dem einen zusammen? Ich muss echt mal ihr ganzes Leben hier mir anschauen. Was es hier so gibt. Ja. Mhm. Ach. Ja. Sie ist auch mit der Nicole befreundet. Alles. Klar. Ich dachte die mögen sich gar nicht. Ja. Und sie ist mit Sven zusammen. Aber Sven. Sie hat ja auch gesagt sie findet den voll scheiße. Oh Gott. Was man hier so alles erfährt. Ich muss mal mehr hier Leute stalken glaube ich. Ja ihr Lieben. Das war es wieder mit Hast du schon einmal. Ich hoffe ihr hattet wieder Spaß dabei. Und schreibt mir in die Kommis. Was ihr am besten fandet. Und ich würde sagen. Wenn du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist. Würde es mich natürlich freuen. Wenn du kostenlos hier abonnierst. Und meine Videos weiter verfolgst. Und dann würde ich sagen. Wir sehen uns bei dem nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.